Und da sind wir wieder zurück mit... Ah ja. Ich will mal Alice sagen. Nein! Es ist weg. Ich habe gespeichert. In der Wodenbox noch eine Wodenbox. Und in der Mitte ist noch eine Wodenbox. Das ist ein guter Pott. Und... Hi Krehl. Oh. Hi Maria. Oh. Aber es geht mir gut. Es ist gefährlich hier. Wo ist Vater? Ich habe ihn schreien gehört. Ich muss den Doktor retten. Wie kommt das nur? Du kannst dich nicht bewegen mit den Wunden. Aber... Maria, was ist mit Vater passiert? Und... Bis weiter... Bis weiter... Bis weiter... Bis weiter... Mama? Ja, deine Mutter. Was machst du Maria? Maria? Nein. Oh, das ist der Kerl. So wie es klingt, scheint der Vater weitergegangen zu sein. Weiter runter in den Untergrund. Was hat Maria gesehen? Mama... Mama... Mama ist gestorben, richtig? Was geht hier vor? Sag mir nicht, das ist der Fluch. Ja, das wird es übersetzen. Dankeschön. Ja, also so gut ist mein Englisch nicht. Man kann es übersetzen. Also ich könnte es jetzt so zusammen übersetzen. Von wegen, äh, du wirst nicht aufgeben. Habe ich recht? So ungefähr. Wiedersehen. Ja, unten war ja auch noch dieser komische Guy. Guy. Vor allem, ich habe doch auf den älteren gesetzt. Was ist das? Nix. Kann ich mir nicht angucken. Sie ist ohnmächtig. Füllt with unknown things. Ja, ich glaube, das sollte auch unknown bleiben. It sticks. Aber bevor wir ihm folgen, gehe ich nochmal raus. Speichern nochmal. Und gehe gerade mal hier runter. Hä? Ah! Halt dich geschnitten. Lä, 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 lä. Rosalisch. Weiß nicht mal, was das ist. Das wirst du auch nicht wissen. Oh, eine. Okay. Gut, dass wir das gemacht haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vater. Ey, da lag was. Mom. Hi. Mom? Bist das du? Was? Warte. Unmöglich. Das kann nicht Mom gewesen sein. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss mich versehen, verguckt haben. Das war Mom. Warum war Mom? Es muss der Fluch sein, richtig? Was? Hast du es nicht bemerkt? Nee. Diese Tragödie ist herausgebracht worden. Fünf. Die Frau. Oh. Der war einfach dein Vater. Diese Verfolgung wird von Flucht. Von Flucht für deinen Vater töten. Yes, your mother. Ja, Mom wieder gefunden. Ja, so ungefähr. Mom hat gerade Vater weggeschleppt. Das kann nicht sein. Warum denkst du das? Weil Mom Vater liebte. Mom versteht Vaters Werk. Nein, ruhig. Und Vater liebt Mom auch. War Mama nicht happy? Jedes Mal bin ich auf Arbeit. Happy, Leute. Schaltet, ähm... Das merkt mich so, nicht happy. Jedes Mal. Gestern lief es dreimal. Ich kann nicht glauben, dass sie ein wütender Vater war. Aber, ich glaube, Mama mochte Vater und Maria nicht. Ich, ja, ich finde nicht, dass es so was ist. Aber, ich glaube nicht, dass man dich hört da hinten. Willst du in die Wahrheit sehen? Ja. Ich will dieses scheiß Leuchtding da unten noch haben, dummes Mädel. Ich hoffe es. Klar. Eben hat... Was hat hier gerade Geräusche gemacht? Eben auch. Ich war unten noch in dem Raum gewesen. Ja, und... Unten in dem Raum gewesen. Ich weiß aber nicht, wo die Leiter sein soll. Ich bin im Keller. Ich war gerade in einem Lagerraum gewesen. Da habe ich keinen Leiter, glaube ich, gesehen. Aber da fing jemand an zu lachen. Ja, so ungefähr. Nein. Da liegt wer. Und ich kann mich nicht ansehen. Das ist, glaube ich, sogar besser. Und da liegt ein Kopf. Ich will nicht. Ich will nicht. Wer ist Buddy? Wer ist Buddy? Ja. Der fragt auch noch seinen Buddy. Was war das? Wer hat sich hier bewegt? Du, Jun. Ah! Komm her. Hier ist dein Kopf. Komm her. Hier ist dein Kopf. Ähm. Ha. Fondet. Wer, du verfogst mich jetzt. Ich habe bisher die Augen erfunden. Dankeschön. Bitteschön. Ja. Ha. Er hat mir ein Gemma da gelassen. Ach. Auge juckt. Läuchern. Ist das Dynamit? Sieht aus wie Dynamit. Füllt wie Junk. Füllt wie Junk. Was bist du denn da hinten? Kenne ich gar nicht. Läuchern. 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 Ne. Hier geht ne Läuchern hoch. Ach. Hier geht es weiter. Heiden Passage. Unlock the door. Auf Wiedersehen. pessoa. Ausat. Verräum. Ausat. road. Ausat. Ausat. Ausat.